Was geht ab, ihr Geiltschnitt hier? Willkommen zurück zu der Dauer von gegolfet! Mit dabei, alle. Boah, grüß dich, er ist stark gestartet, muss ich sagen, in die Runde davon. Das war das andere Golfspiel, wo man diesen Balken aufladen muss. Der war schon mal nicht schlecht. Oh, verdammte Kacke. Jetzt erstmal wer die Geschwindigkeit rauskriegt. Ja, hätt ich das mal direkt gemacht, hätt ich ein Hole in One gekriegt. Alter, wie schwer ist denn der Golfball? Der wiegt ja mehr als ich. Ja, Peter. Komm Peter, tu mal ein bisschen Gas jetzt. Ja, glaub ich nicht. Jawohl, Peter! Jetzt kommt ein doofes Mischstück, ey, was ist denn hier los? Du musst die Lampe auch anmachen. Mhhh, vier ist schon schwach. Wer hat die Lampen schon an? Ne, ich noch nicht. Ich hab die Lampen an. Oh shit, das war ein bisschen viel. Boah, da muss man richtig feste schlagen. So ein Quart. Glaub ich auch. Immer ein Regenteil von dem was Dalu erzählt, das ist schön. Hier musst du richtig langsam hoch. Jawoll. Ich bin oben hingeblieben! Komm Peter, roll doch schon nach vorne! Komm Peter, rollst du doch? Ist einer von euch direkt reingefallen? Darfst du von da aus spielen? Ja. Das ist aber echt scheiße. Das ist kein Vorteil. Das ist, weil Peter gelacht hat wegen meinem Schlag. Naja. Alles Karma. Karma ist a Beach. Was für eine Verarsche, ey. Dann bleibt der da liegen. Nur weil Dalu gesagt hast, nicht so fest schlagen. Nein, ich hab gesagt, da musst du richtig feste schlagen. Nein, du hast gesagt, nicht feste schlagen hast du da gesagt. Und Christian hat gesagt, immer das Gegenteil machen. Das finde ich echt fies, was Dalu wieder hier bringt. Der hätte aber auch übrigens von da oben runter schlagen können. Dalu ist ein richtiger Heel. Pfff. Das ist auch ein bisschen. Ein Wrestling Profi, falls ihr das noch nicht wisst. Dalu ist halt so ein Roman Reigns. Weißt du, in Wirklichkeit ist er ein Guter, aber keiner mag ihn. Ne, das stimmt nicht. Das würde ich nicht sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass er ein Guter ist. Es gibt Leute in der Ukraine, die Dalu mögen, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Hutas? Ist das nicht ein Pokémon? Eine Ukraine? Hutas ist ein Pokémon-Feder. Du bist so unfassbar unverlässig. Du bist so unfassbar unverlässig. Du bist so unverlässig. Du hast dann riesengroße Brüste einfach nur. Ja, nein. Loll. Ich war sogar schon bei dem Hutas. Ja. Jetzt glaube ich dir. Ich war da auch. Du musst aber nicht. Ich fand es auch super unspektakulär. Ja, die Frauen hatten was an. War richtig doof. Geil, in 5, ey. Scheiße, ey. Voll viele Schläge gesammelt. Ja, Bram, da bin ich doch dabei. 5 klingt doch super. Ich zurücksetze, Christian. Ich bin zu blöd für 5. Wie hast du das jetzt noch verkackt? Ich habe es nicht genau gesehen. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. So, hat es irgendeiner gemacht? Dadu in 2. Ich glaube, Dadu cheated. Du musstest dann nur in den Ring schlagen. Ist das jetzt was Neues? Bram sagt, der cheated. Oh. Das war gut für uns, oder? Ja, das war erstmal gut, ja. Ach komm, leck mich doch mal an. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das auch gut weitergeht. Ja, easy game. Hä? So, ein bisschen Style. Ah, Dalu, erst lacht noch. Boah, da lacht der Dalu. Das werde ich jetzt wieder nicht schaffen. Oh, er ist auf Arro. Ah, doch, Dalu. Ah, doch, nur getrickst. Oh, aber direkt von Jay. Das hat doch noch nicht alles verloren für mich, wenn Peter noch dabei ist. Oh nein! Drück F, drück jetzt F. Oh, hat er schon. Er hat R gedrückt. Ne, drück jetzt F. Drück F. Oh, lol. Oh. Wenn Bram kennt Fix, die Kette... Bin ja ein fairer Du. Na, drück einfach R, Peter. Ich wäre doch besser gewesen, wenn Peter das von Anfang an gestartet hätte. Peter, warum machst du das eigentlich absichtlich? Peter, was ist das denn für eine Scheiße? Peter, ich finde das für die Folge witzig was. Also das ist das schon angenehm erheiternd. Das könnte doch jetzt die Wahl sein, ey. Wie viele Schläge hast du eingestellt? Yeah! Eier 15 sind eingestellt. Weil jemand was schwerer sein soll. Ey, was? Oh-oh. Oh-oh. Einer ist auf diesen Morgenstern gelangt. Ja, das war nicht gut. Oh, das ist hier von einem Trichter in den nächsten. Guck mal. Na schön. Ich habe es irgendwie nicht so mit den Trichtern. Oh, ich habe es besser gemacht. Wieso hast du die nächste Rampe in den Schwanz? Natürlich hast du das gerade. Das ist doch scheiße! Na, welcher Zufall. Ja. Kriege. Wow. Na, das finde ich jetzt alles ein bisschen rigged. Jawoll, Jay geht auch in den Trichter. Schön mit das Rosettchen gekrault. Trichter, Schmichter. Okay, Sepp auch direkt in 1 oder was? Erstmal. Oh! Nee. In 1. Ja, natürlich. Also bei 9 jetzt, ne? In 1, 0. Von da aus. Genau, hole in 1 von da aus, ja. Oh, ich gebe zum bestimmten Abkürze. Klar, einfach da rüber, Peter. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Oh, Peter! Ich bin mir noch nicht sicher, ob man das Ziel so einfach trifft war. Du liegst relativ gut. Nein! Oh Gott! Jetzt liege ich wieder davor. Oh, Brandöme. Das ist nämlich das Schwierige eigentlich in dem Spiel. Ja, Birdie jetzt mach ich auch easy. Das Putten. Ja, Präsident Trump, ja, nimmt sich immer das Recht raus, den Ball nicht einzuputten, sondern einfach wegzumachen, weil er ihn nicht reinmachen würde. Wirklich? Das passt so gut einfach nur. Wenn das wahr ist, das passt echt gut. Ab wieviel Metern ist das safe? 250 Meter abgeguckt. Das weiß ich nicht, aber die Golftrainerin von ihm hat das ausgeplaudert. Und eigentlich aber nicht mehr buchen, ey. Wer spielt denn dann wahrscheinlich auch, oder? Wer spielt denn dann noch gegen den? Also, ist ja voll affi. Andere Leute, die bei 50 Metern putten würden. Ich glaub, mit dem Präsident der Vereinigten Staaten würde ich schon sehr gerne golfen. Ja, und dann, das haben sie ja mal wieder gut gemacht. Ja, natürlich. Nehmen sie den Ball ruhig weg, der war stark. Oh, was hab ich denn mit dem Trick gemacht? Vielleicht können wir den mal anfragen, ob der mit uns Golfwitz spielt. Komm, komm, dieses Spiel, ey. Ja, bei der Stelle, wo Peter liegt, würde der jetzt einfach zurücksetzen. Und sagen, hab ich eh gemacht. Ja, guck mal, aber ich bin, also ich mach halt, aber ich zeig auch, wie ich kann, weil ich kann auch. Genau. Ja. Was? Ja, ne, ich versteh das schon. Ja, sehr gut. Wir verstehen das. Ey, warum hast du eigentlich nachgeguckt, ob du meine Schlappen noch hast? Ich hab tatsächlich nachgeguckt, aber ich hab nur bis jetzt die Schwarzen gefunden, die ich die gestern fotografiert hab. Das gibt's doch nicht, aber ich hab keine Schlappen in Größe von 38. Und ich weiß tatsächlich nicht mal, wem die gehören. Ich wollte gerade sagen, 38 kann doch nur von dir sein, Peter. Nee, ich hab schon über 40. Peter hat 36. Ich mag meine Schlappen wie meine Frauen. Ähm. Und du verlierst die wie deine Frauen, oder was? Was? Klein? Nein. Ich hab schon über 40. Ja, so. Ha, 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 ha. Fehler, ey. Nee, aber ich hab Bram gestern geschrieben, Herr Bram, ich hab letztes Mal meine Schlappen bei dir vergessen. Kannst du mir die morgen nach München mitbringen? Dann hat er geschrieben, ja, da sind die hier, oder? Ich so, nee. Dann ich so, hast du noch andere Schlappen bei dir, wo du nicht weißt, wessen Besitzer das ist? Das fand ich ein bisschen verwirrend. Ja, manchmal hat man einfach Schlappen rumliegen. Ist da Schlappen irgendwie passiert? Ja, manchmal hat man einfach Schlappen rumliegen, ja. Ja, manchmal hat man einfach Schlappen rumliegen, ja. Ey. Ist klar, Dalu. Der Slop muss natürlich erst was gehen, was halt nicht zu ihm passt, ne? Ja, ich geh jetzt, Assi. Also das Gegenteil quasi, genau. Alter, das gibt's doch nicht, das ist doch... Oh, Dalu, nicht Holland, Mann, was ist denn da los? War verbuggt. Das ist ja irgendwas Falsches gelaufen. Ja, ich glaub war ein Bug. Oh shit, jetzt wird's nochmal richtig schlecht. Voll. Nicht schlecht, Jay. Okay. Jetzt hab ich wegen dir, weil du da aufgepasst hast, dass er nicht schummeln konnte. Ja, ich weiß. Echt viele Schläge jetzt noch gebraucht. Boah, komm. Ja, man muss halt da auch aufpassen, dass du nicht wieder schummelst. Äh, Mist. Ja, du bist auch... So Big Fudge, Alter. Geil. Wollt mir grad den Ball anders hinlegen, ich kann den immer so verschieben. So musst du denn jetzt hier liegen bleiben, lass doch Arsch. Ja, nimm den einfach weg, Chris. Ja, wir wissen alle, dass du den Pfundhaus reinmachst. Ja, ja, genau. Recht. Ja, okay. Und jetzt wieder F. Genauso geskillt. Also eigentlich eine schöne Position. Ja. Ja. Wieso crasht eigentlich aktuell die Börse? Äh, Angst vor Zinsen. Alle haben Angst, dass die, dass die Zinsen wieder hochgehen und äh... Oh, lol, das ist ja abwürfig, schüssig. Oh, was ist das denn hier? Hahaha. Was ist das denn für ein scheiß RNG-Kack? RNG, der war richtig schön. Birdie. Schöne Map. Äh, aber warum... Sehr gut, Peter. Das ist early. Bullshit. Da lag es aber auch echt gut noch. Ja. Nein. Tschüss, Brahmin. Das ist doch Bullshit hier. Irgendwie alles rigged, oder? Nein, nicht auf diesen Sch... Easy. Ach, komm. Der war gut, Brahmin. Den hätt... Hey, Brahmin. Den hättest du lassen, Junge. Nein, wenn der... Wenn der über den Pfeil... Wenn der über den Pfeil rollt, dann... geht der weg. Dann kann ich euch zeigen, da. Dann rollst du einfach dran vorbei. Nice, Brahmin. Das gewinnt mich. Schade. Der war echt gut. Jetzt aber. Der war gut. Der ist gut. Der war richtig stark. Der war richtig stark. Wie macht man das denn, dass der den 1-Zipport um die... um die... um die Stange da rum... So wie Brahmin das gemacht hat. Nur im Besser. Geht das in 1 überhaupt? Naja, wir fändest ja theoretisch so abgeprallt sein. Klar. Und dann halt genau auf die... Also dass du den Booster misst, aber zum Loch... Du musst nur 1-zu-1 so schlagen wie Bram und dann halt Donald Trump sein. Dann während er runterrollt sagen, ja, der wäre reingegangen. Und dann schon zuerst. Kann ich doch schon mal liegen bleiben, ey, das ist ja cool. Nein! Ja, der bleibt safe liegen, oder? Ja, safe. Ja, oder? Safe, oder? Ja, 12 ist ja... Boah, ich bin nicht letzter. Warum gibt's hier 15? Oh nein. Okay. Der ist denn da nach rechts weggeschossen. Ich hab rechts das Loch genommen. Wo ist denn da rechts das Loch? Da unten. Als ob du das genommen hast. Das ist auch viel naheliegender als... Das fand ich tatsächlich... Das fand ich tatsächlich... Irgendwie von der Schlag-Skillig her... Das fand ich irgendwie am einfachsten. Ich finde die alle nicht so leicht. Wie? Das war rechts. Okay, hat das nicht geschafft. Ich versuch jetzt auch das da rechts. Ich hab das auch genommen. Das war echt am einfachsten. Fuck! Also ich weiß nicht, das war so... Das ist doch ewig weit weg. Ja, ich kann... Ey, jetzt komm, nur weil ich das genommen... Nimm doch ein anderes. Ja, bläm mich doch nicht dafür. Alter, das ist mega schwer! Das war irgendwie... Das war irgendwie... Das war irgendwie das, wo ich mir dachte... Das könntest du... Das könntest du am besten treffen. Das treff ich. Dann nehm ich das. Jawoll. Ja, guck mal... Dreck genommen, ja. Also wenn du dein Loch hast, hast du dein Loch. Oh nein. Ja, guck mal, gut. Das war okay, Sepp. Oh hier, das erinnert mich an... Dieses Spiel mit dieser Murmel, wo du diesen Kasten so... Näh! Den schummelt er auch noch. Was ist denn daran schummeln? Den schummelt er auch noch. Nein! Ah, gut gemacht. Yes! Guck mal, wie sie das alle machen, Dalu. Nur du nicht. Ja, weil du's vorgemacht hast. Ja, jetzt soll es selber drauf kommen. Du war jetzt echt... Nicht so... Ich dachte, wir spielen hier normales Minigolf-Drum. Brum. Machst du den neuen, gönnst du dir, oder? Den Emperor. Hier schick ich den. Oh, lol. Peter, war nix. Ja, aber warte, jetzt mach ich das. In acht. Besser als Dalu. Wirklich? Ja. Noch ist er nicht drin, ja? Guck mal, war ein Lappen. Hä? Hättest du einfach jetzt wegnehmen können. Ja. Bitte was? Was ist das denn? Oh, los. Ja, easy. Ja, zu hoch. Geil. Brum, echt. Jetzt hast du das Loch da unten gekriegt. Ja. Nein! Wieso hat er nicht gezählt? Wo war das safe durch? Jay! Ah doch, der zählt. Ein Arsch! Der zählt. Der hat nicht gezählt? Nee. Bullshit. Was? Fick dich, Spiel. Das verliere ich noch, nur weil dem Map in die noch die Ideen ausgegangen sind. What? Was? Ja, das laufen. Oh, Jay. Das geht nicht. Wie bitter ist das denn? Oh, der bleibt ja genau davor liegen. Da ist auch noch so ein kleines Ding. Ja. Alter, ey. Das war schön. Fucking fünf. Ja, das war aber auch echt Schiebung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht irgendwie tricky, also tricksig aus. Hä? Ja, ich wollte tricken. War mega einfach. Das war jetzt echt nicht so schwer. Einfach, das kann man glaube ich Hollow One machen. Oh. Glaube ich auch. Und bei dem großen Loch geht das auf jeden Fall. Ja. Okay, Sepp nicht. Ja, ne. Ich kann das halt nicht. Aber, wenn man es kann, dann geht das bestimmt. Wer kann, der kann. Oh, jawoll. Lalo ist das eigentlich die Wüsten-Map, die du meintest? Äh, ich hab sie nicht gespielt. Also, das wird die aber sein. Da siehst du direkt hinein, obwohl er gar nicht beschuldigt wurde. Erwischt. Nein, darum ging bei Peter doch. Erwischt. Peter hat gesagt, dass er das nicht meinte. Wie soll ich das denn wissen, wenn ich sie nicht gespielt habe? Ja, keine Ahnung. Du hast ja gesagt, die soll so gut sein. Aber die hatte beim Steam Workshop keine Bewertung. Dann ist sie das vielleicht nicht. Ja, dann ist sie. Oh. Das ist ja für eine... Ja. Ich hab dir den Namen vorgelesen, dass du gesagt hast. Ja, die heißt ja auch wieder so Desert Valley. Boah, Scheiße. Natürlich heißt die Desert irgendwas. Oh. Fuck it. Nein, 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 nein. Ah, nein. Ach, komm. Tschüss, Bra. Oh Gott, ey. Ist das ein Scheiß gewesen. Ja, so lange, mach ich da easy. Das ist ein Witz. Ach, komm. Ach, komm. Peter, aber jetzt von da. Direkt in einmal. Ja, jetzt stammel ich. Pass auf. Ich kann eigentlich schon wegtun, aber ich zeige euch. Verdammt. Ja, der war noch drin quasi. Komm Jay, leider schief. Hey Jay, was geht ab? Ja. Der war schön, Peter. Der war besser. Ist aber besser so. Ja stimmt, von da aus kannst du besser schlagen. Oh Gott. Das war aber ein Gequälter. Uiuiui. Ah, schön. Ist das schlecht. Ey, das ist doch Schiebung, oder? Lol, Scheiße. Lol, Scheiße. Was ist denn jetzt hier? Hat der Rofi Kopp da gesagt? Oh. Bram, ist das überhaupt möglich? Da ist der Weg unendlich. What the fuck? Okay. Okay. Du musst besonders nachschlagen. Nee. Der hat bei mir sich gezählt. Boah. War zu schnell. Aber geil, dass du nicht runtergefallen bist. Das ist schon witzig. Nein, das kann ich manchmal liegen. Woah. Speed. Da waren gerade wieder die Fußspuren. Fuck it. Na gut dann. Dann halt so. Hey, das schaffst du. Einfach geradeaus. Naja. Komm. Das ist volle Olle. Jawoll. Hast du die Maussens hochgestillt? Was macht das denn, weh? Okay. RP. RP. Jetzt kommt auch eine Bullshit-Map. Ja guck mal, hier kann man abwitzig. Ich glaube eher, dass das eine Map ist, die einfach nur Sanktion Playing ist. LOL. LOL. Wenn einer am Start liegt, einfach stärker schlagen. Dann bist du mal da vorne. Alter, hat sich lack. Ja, Peter läuft bei uns. Ja. Alles lappen die anderen. Hole in 1. Ihr seid da direkt reingegangen? Nein. Du konntest direkt da liegen, wo ihr jetzt liegt. Wenn du ein bisschen stärker am Anfang geschlagen hast. Ob du jetzt zwei so oder so brauchst. Naja, wir haben ein Hole in 1 gemacht. Oh nein. Das ist schon... Oh nein. Also ich mein... Dalu. Das ist so knapp. Das ist so knapp. Das ist so knapp. Ich dachte, du hast jetzt auch volle Wunden gemacht. Ach geil. Ich hab Zählen. Schade, ich wollte sagen, wenn du mal 67 bist, drückt mal er. Und dann versuch's. Cool. Wir machen sofort noch einer. Klaas. Kurze Pause ist sofort wieder da. Aber ohne Dalu, oder? Ja. So weiter geht's. Genau. Die Regeln sind relativ simpel, ja? Was? Ich muss hier grad noch ein bisschen was ölen. Hä? Öl du ruhig mal, warte. Äh... Wer der erste ist? Ja, Jenny. Das passt ja gar nicht so im Spielstil. Hahaha. Kannst ja nicht abgucken. Steht aber jetzt rechts. This is an Event. Okay. Upon touching it activates stuff or deactivate for other people. Mhm. Mhm. Okay. Das ist so cool, wie wir hier so lang laufen, um das zu lesen, so ungefähr. Das verrückte Labyrinth macht's schöner. Peter geht doch von rechts nach links. Warum ist Sepp eigentlich vorne? Durch was für ein Feld sind wir gerade durch? Ja, durch so ein Event-Feld. Oh, da kommt Speed. Oh, oh, oh. Und Teleport. Ne. What? Ich bin rausgefallen! Nein, Peter! Das ist drin! Bullshit! Ich muss jetzt doch mal fahren! Scheiße. Hahaha. Komm schon! Bleib liegen! Jawoll. Scheiße, shit. Ich war gerade eben drin gewesen. Ich war auch im Loch. Zählte für mich nicht mehr. Braven, hau ab! Nein! Braven! Ah! Ich verschiebe das auch für euch wieder mit. Peter, du Arsch! Peter, du Arsch! Moment! Wohin geht's jetzt? Haha! Ich bin auch noch drin! Oh! Es fehlt ja noch eine Sekunde! Dann wieder am Anfang! Oha, das ist wieder am Anfang! Ich war jetzt bei allen dreien! Wie kann es das denn? Guck mal! Jay kommt auch endlich! Da ist Jay! Ey, Jay, schlag schon mal hier in die Mitte! Warte noch kurz, Christian! Jay! Jay, schlag schon mal hier in die Mitte! Jetzt geh rein! Schnell, Chris! Christian, geh rein! Jawoll! Jay, dann hör mir halt nicht zu! Jetzt geht das nicht mehr! Das geht wohl nur einmal! Jetzt geht es! Das ist wohl nur einmal ein Durchgang! Hä? Wollt ihr helfen? Oh nein! Oh du Arsch! Ich dachte, ich geb mal Gas jetzt! Oh lol, ich bin auf Bahn 3! Aber ich bin gleich im Loch! Keine Angst! Ich bin auch sofort im Loch! Lass mich branden! Ne! Oh, ich bin drin! Jetzt ist hier wieder Wasser! Scheiße! Oh, perfekt! Ach komm! Oh, das gibt's nicht! Oh, das ist mega witzig! Das ist echt gut! Eigentlich genau das Richtige für uns! What? Ich hab mich da durchfühlt! Peter, wir beide haben so viel Glück gehabt jetzt! Alter! Ich hab genauer durch's hier drüben geschlagen! Alle Banken sind immer verschwunden als wir da waren! Wie geil! Das stimmt also! Oh Gott! Ist das geil! Ach, Christian ist noch da hinten! Achso, jetzt geht das nicht mehr! Ja, hier hinten der nächste Event wird ausgelöst, wenn einer wieder am Loch landet! Gib mal einen Event auf dem Weg! Zumindest hab ich nur den einen gesehen! Ja, aber das Event auf dem Weg hat doch hier hinten die Dinger auch bewegt! Ja, die weggemacht! Nein, 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 Bram! Leute, erst rüber! Scheiße! Jetzt warte ich lieber! Ich glaub nämlich, ich muss außen rum! Fuck! Oh, ich bin drin! Nein, Bram, komm doch noch rein! Nein, das zählt nicht mehr! Peter, du kannst gleich schon mal zum letzten Loch gehen, würd ich sagen! Ja, genau! Geht mal direkt zum letzten Loch! Bram, das schaffst du noch! Jetzt schaff ich nicht mehr! Doch, du hast eine Sekunde knapp! Fuck! Nein! Peter! Geht doch jetzt eh nicht mehr, oder nicht? Ja, stimmt! Ich glaub, jetzt ändert sich's nicht mehr! Ja! Da! Oh, wow! Oh, Gott! Jetzt ist aber als Brabus wieder Zeit! Du kannst dich ja komplett zurücksetzen! Oh! 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 Komm, ändert dich! Alles rigged hier! Oh, 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 oh! Nein, Bram! Du mieser Wichser! Hey, Sepp! Ne? Hat das nicht mehr geklappt für dich? Alter, das ist genau vor mir aufgeplöppt, das Ding! Ah! Nein! Aber! 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 Komm schon! Ja! Ach, Jay! Was soll denn das? Nächste Loch! Was denn? Du hast doch keine Geduld! Hab ich auch nicht! Ach, die warten jetzt dahinten, bis da das erste wieder losgeht! Weiße! Nein! Ah! Fuck! Meinst du das erste kommt? Wieder? Nein! 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 Es fehlte nicht! Doch! Doch! Ich wurde nämlich zum Anfang zurückgesetzt und dann war ich weg! Ja! Christian! Christian! Jay ist glaube ich dann doch nach hinten! Ja! 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 Theoretisch könnte Jay es jetzt kontern, indem er eine Minute 40 wartet! Und dann... Bis er sich bewegt mach ich das auch! Ja! Gott! Gott! Ich glaube nicht, dass die Fahne da wieder weg geht! Das glaube ich auch nicht! Guck mal! Das wird jetzt auch eine letzte Fahne, Werner! Doch! Wird sie! Ob ich jetzt letzter bin oder letzter bin! Ist ein Event drunter! Ist ein Event drunter? Ja! Okay! Perfekt! Dann... Komm Jay! Jetzt tut mal was für die Folge, Alter! Ich lese euch was vor! Was denn? Gott! Was lese ich euch vor! Ich gehe mal auf peatsmeet.de! Gucken, was es da gibt! Das ist spannend! Die besten Werbungen beim Superbowl 2018 gibt es einen Artikel auf peatsmeet.de, wo die besten Werbungen zusammengefasst werden! Was sind da auch die Tide Werbungen bei? Die fand ich am lustigsten, muss ich sagen! Ja, die waren echt witzig! Wie hieß denn der Typ nochmal von Stranger Things? Stranger Things habe ich nie gesehen! Der ist immer dabei! Ah, das war ein bekannter Typ! Okay, das wusste ich nicht! Gas, 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 Gas! Das ist eine kackige Liste, ey! Nein, du bist zu langsam! Ey, wenn das nicht gezählt, dann bin ich sauer! Ne, hatte ich es nicht! Er war drin Dalu! Nein, war nicht! War nicht! Warum zählt ihr das nicht? Ich! Weil die auch nicht? Ne! Ciao! Loll! Motherfucker! Das kann ich wahr sein! Oh nein! Ich habe mir jetzt gezählt! Jay! Keine Facks! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Ciao Jungs! Oh oh! Wie geil war das? Der machte so doppelt! Jawoll! Oh, der ist zu weit! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh nein, Jay fällt ins Loch! Oh Gott! Oh Gott! Wie brav war das denn? Oh Gott! Aber geschmeidisch durchs Auge dran vorbei! Jawoll! Nice one! Ey! Das war schön! Oh Mann ist das witzig! Oh nein! Oh Gott! Der blieb! Nein! Der blieb! Motherfucker! Ihr Wichsos! Der hat sogar gezählt! Leg mich auf den Arsch! Ich dachte, er ist so verdammt! Irgendeiner hat mich ausgekontert! Loldalu! Was bist du denn für geil? Ich bin noch drin! Ich bin noch drin! Ja! Ich bin noch drin! Mist! Das ist jetzt aber doof! Wo bist du da? So! Was mache ich jetzt? Kann ja nur runterspielen! Okay! Den kann ich auch schon mal knicken! Ja! Mach direkt weiter, Dalu! Oh shit! Oh nein! Du hast es nicht auf den Platz fassen sollen! Ja! Hallo Jay! Ja eben! War da noch jemand anders oben? Wir waren beide drin! Und sind beide nicht reingekommen! Ja richtig! Peter und ich hatten das auch! In dem Loch davor! Ohhhh! Ich glaube, er kann sein... Hab man denn jetzt zurück? Ach ne! Alle sind jetzt wieder an! Ah ok! Was da du ey! Stell die nächste an! Das war ein Trick! Ja! Um hier ganz zurück zu kommen! Geil! Okay! So! Direkt bereit! Und... Schlagen! Das hätten wir nicht machen müssen! Scheiße! Shit! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Warte kurz! 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 Hast du schon beim nächsten! Was da jetzt bei uns allen nicht gezählt? Ja! Ist das bei uns allen nicht gezählt? Boah! Doch! Bei euch schon, oder? Ehh Christian du nimmst das! Okay! Dann gehe ich hier! Hahahaha! Schnell Christian! Peter kommt! Das seht Chris auch nicht, Peter. Jetzt sind alle aktiv. Oh, Peter, was machst du denn? Scheiße. Wie wir uns auch wieder so gefickt haben, einfach nur. Oh, oh. Scheiße. Oh, das war dumm. Peter. Hallo. Peter. Hallo. Sehr gut. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Null. J, what the fuck. Aber wie hast du denn das gemacht? Hä? Wieso denn? Bleib liegen. Ach, der räumt dann jedes Mal alle ab, bis einer wieder im Loch ist. Ah, okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Das schaffe ich nicht. Das wäre jetzt bitter für Christian. Für Christian auch? Christian meine ich auch. Ich meine Christian. Beide blau. Ja, das ganze Spiel ist bitter für mich. Nein. Oh Gott. Los Christian, der braucht noch zwei. In the panic. Warte, mir ist er nochmal geschlagen. Nein. Nein. Ich glaube, er bewegt sich ja eh nicht mehr, ne? Nein, er bewegt sich wirklich noch. Wird doch so oder so nach hinten geschoben. Ja, aber er hätte hier noch einen Schlag gebraucht dann. Hehehe. In der Tür nehme ich hart. Das ist ja extrem scheiße. Ja. Ist gut. Ja, da ich hart letzter bin, bringt mir das nichts. Du hast zwei Punkte hinter Jay. Okay. Oh man. Nein. 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 Ich habe die Wand nicht. Okay. Halt in one. Oh, die Wand ist weggegangen. Die Wand ist weg, das ist gut. Aber... Oh, 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 oh. Ich bin hin. Komm schon. Was passiert jetzt, wenn Sepp das Loch trifft? Ja, weiß ich nicht. Irgendwas passiert dann. Ich bin auch schon im Loch. Ja, aber irgendeine Wand hat sich dann verändert. Ich werde nicht mehr weggehen, Jay. Ja, die, die. Haha, geil. Wer quasi als erstes schlägt, der kommt durch. Ne, der zweite. Wenn man richtig schlägt. Ja, genau. Wenn man richtig schlägt. Also auf der Wand war es am besten als zweites zu schlagen. Nicht als erster, weil die Rampe sich dann erst aufgebaut hat. Ah, ja. Nein. What? Oh Gott, was ist das denn? Oh, Dalu, du Arsch. Nein! Wieso kommt das denn nochmal? Immer wenn einer durch die Zone geht, wird abgeräumt. Oh Gott. Alter, leck mich am Arsch. Oh, 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 oh. Dalu, wir sind da. Ach, komm. Wieso? Jetzt verändert sich der Spawn. Wie ist das gebaut? Ich glaube immer, wenn einer durchgeht, das fliegern alle. Ja, genau. Da ist immer diese eine Zone, die hinter dir ist. Ich bin zweimal gegangen. Oh, Bram. Ja, weil Bram durchgeschoben wurde. Also er ist durchgeschlagen. Oh, schade. Dann ist angegangen. Oh! Oh! Oh, Christian, geh schnell durch. Oh, schade. Ich kann nicht schlagen. Geschmeidig in sechs. Das ist schon. Das war schon assi. Wollte ich ja sagen. Das ist echt eine Hardcore-Troll-Map. Aber wie kriegen wir Seppli jetzt noch? Das wird doch mal liegen. Ja, das wird schwierig. Er hat so einen krassen Vorsprung. Wie hat er das überhaupt gemacht? Ja, wir müssen halt schneller sein. Noch schneller? Nein, wir direkt schlagen jetzt. Egal wo denn geht. Nicht drüber nachdenken. Oh nein. Nein! Nein! Ich brech! Ich bin drin. Hold to one. Verdammt! Ich war doch am Rollen. Nein, ich steh da vor! Da taucht uns an mir das Loch auf. Nein, Christian! Ne, da bleibt er jetzt liegen, oder? Okay. Das ist jetzt assi. Danke, Jay. Das war ganz schön nett von dir. Da steht auch bei Hold 12 fast. It's not the key. Don't go first. Weißt du, alle schnell wollten irgendwo hinballern. Dann hat sich natürlich keiner durchgelesen. Du hast ja keine Zeit, aber direkt ein Loch her. Three times the charm. Bram ist Nummer eins. Na? Talo Nummer zwei. Wer ist denn jetzt die drei? Jay ist die drei. Wo geht's denn da hin? Nix. Nix ist passiert. Kannst du ja den Weg aussuchen. Aber ich glaube, wenn du rechts lang gehst, dann wirst du das Loch dahin machen. Weil da steht's move the goal hier. Das wollen wir ja nicht, ja? Nennen schnell rein. Oh, da wo Peter gerade ist. Peter komm jetzt schnell! Schnell! Bitte! Hol's dir! Bevor Jay spielt. Jetzt hast du ja geträumt. Komm schon! Bleib liegen! Komm schon! Komm schon! Voll ins Bein! Sepp ist auch noch am Schlüssel, Alter! Ach, das geht nicht mehr! Okay! Das ist doch schon closer! Ja, ich dachte, das geht nochmal und dann hier hin. Kacke! Schade! Sepp drückt sich schon ganz gut von selbst an uns ran. Okay, jetzt wieder Gas geben. Do it yourself. Activate your own goals too. Oh Mist! Was heißt das? But first... Äh? Lol! Ich bin da drüber gesprungen. Removes all goals. Oh Gott! Aber auf Goal 1 kann ich nicht schlagen. So wie ich liege. Oh oh! Jetzt alle. Ey, ich hab noch nicht verstanden, wo ich hinschlagen sollte. Ich geh zu 3. Oh, ich bin Robo geflogen. Alter, 2 ist momentan 1, aber das wird versch... Ähm... Scheiße! Hä, das ist... Komm schnell! Nein! Welcher Fixer war! Hahaha! Bitteschön! Oh du Arsch! Ich muss erst mal verstehen. Du musst wieder... Du musst wieder in die Zone... Quasi... Ähm... Die bei dir ist. Du musst einmal gegen tickern. Ach komm! Jetzt leck mich doch im Arsch! Jetzt tut er auf damit. Dann kommt die wieder. Nö! Jawoll! Endlich! Die war ganz kurz hier, Christian! Das gibt's doch nicht. Aber gut! Nee, ich müsste einmal raus aus der Zone. Na Darlou, du bist jetzt 2 Mal da rein. Ja, was? Musste ich ja. Oh, das ist Assi! Das ist so geil! Oh! Nein! Oh, ich bin dagegen geknallt! Nein! Ihr Pütze! Du hast es ihm weggenommen! So gefeiligt! Hahaha! Jetzt tu wieder, Jale! Jawoll! Na ja, du hattest es direkt rein! Ich mach dich weg, Sepp! Mir ist das egal! Okay! Gepufft sehen, wa? Oh Gott! Kannst das Spiel spielen! Wir können das Spiel lange spielen! Jale, du könntest doch in einmal rein! Du musst doch nur so richtig hauen! Ne, so lange kannst du dein Spiel nicht spielen! Irgendwann ist doch Feierabend von Schlägen... Ne, 99 hat die Ball, oder? Die Ball hat 99 Schläge! Hahaha! Kriegst du dann nach der Minute auf 99 angerechnet? Nein! Ja, nein, Alter! Man passt! Ja, Jale, probieren wir nach 55 Sekunden 99 Schläge! Ich fick Sepp einfach! Das ist mir scheißegal! Oh Gott! Aber Jale, Sepp, kannst du dich einfach reinlegen? Sepp, du müsstest dich einmal vorlegen... Ah nein, du hast keine Schläge mehr! Du hast dich einmal so hinlegen müssen, dass du mit einem durchkommst! Sepp ist nicht mehr Erster! Hm! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin nicht da! Oh Gott! Oh Gott! Da ist der Lupik verschwunden! Ja, da ist er wieder aufgetaucht! Der Lupik! Ja, aber das blöde ist, die Rampe ist immer noch da! Nein! Oh verdammte Scheiße! Nein, nein, nicht runterrollen! Oh fuck! What the fuck! What the fuck! What the fuck! Da los, dass du wieder kurz vorm Ziel! Ich bin gerade 100 Kilometer weit weg teleportiert worden! Äh, ich flieg auch gerade quer über die Map! Das fliegt immer noch! Ja! Oh, guck mal! Oh, guck mal! Guck mal! Ich guck dir zu! Ich seh die Map da unten! Ja, also da irgendwo am Horizont sieht man immer... Ey, guck mal da unten drunter, da sind noch andere Sachen! Okay! Das hätte man schneller schaffen können als ein 6! Ja! Guck mal! Mal gucken, wann ich auf dem Boden ankomme! Ah ja stimmt! Ich mach so ein 7! Bis denn jetzt gleich erstmal auf Wasseroberfläche! Leute, Chris! Halt am Flyen oder was? Ich weiß nicht, was da passiert ist! Ich hab einfach von hier aus geschlagen! Warte mal! In welche Richtung muss ich denn? Die hier! Das hier hab ich gemacht! So! Und jetzt ist der abgegangen! Vielleicht ist in der Sekunde irgendetwas ausgelöst worden und hatte so... Der Rode Ball hat keinen Namen! Wer ist das eigentlich gewesen? Da stand kein Name dran! Na, der ruckelt auch so hart! Ah, der schlägt noch! Oh lol! Da muss ich stärker durch! Hä? Wer ist denn Pink? Da war einer ohne Namen! Der Pinke! Wer rollt da gerade aufs Ziel zu? Das ist Christian! Das bin ich! Der ist bei mir auch Pink! Das ist doch der Pinke! Ne, bei mir ist der Pinke ohne Namen schon hinten im Loch! Null! The fuck! Vielleicht weil ich aus der Map rausgeflogen bin oder so? Ach scheiße! You can go your own way! Okay! Okay! Ja, Mitte! What?! Mitte ist gut! Dankeschön! Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Wir sind jetzt alle auf der gleichen Bar! Hahahaha! Wie soll man denn da hochkommen? Sind wir alle in der Mitte? Ne, einer war rechts! Oh Gott! Ich war jetzt auch über die Mitte gegangen! Oh Gott! Schnell rein! Scheiße! 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 Nein! Ist glaube ich egal! Ich glaube jetzt nichts! Peter ist zu langsam! Peter hat aber die Rampen aktiviert! Du kannst Christian und Sepp hart rollen! Nein! Ich hab die noch aktiviert! Ich hab die noch aktiviert! Hahaha! Hahaha! Das geht nicht wenn man da drin ist! Peter schnell! Huuu! Das war hart! Peter was tust du denn? Ja! Nein! Hahahaha! Hahahaha! Als ob er jetzt da rüber gegangen ist! Hahahaha! Hahahaha! Das war ja mal sau nice! Nur damit die anderen da auch noch schön reinkommen jetzt! Hahahaha! 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 Wie ist er alle geiert! Hahahaha! 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 Oh no one! Das ist im Wasser liegen! Das gebe ich nicht! Ich hasse dich Peter Smits! Das ist weg! Ich wein! Wir waren dann beide nicht! Moment! Ciao! Ich hasse dich! Christian! Stache raus! Warum? Nein! Boah! Weil ich auch in das Loch reingekommen zu der Echtzeit! Deswegen hat er wieder nicht gezählt! Wenn er 2 oder 3 fällt! Ich war freund! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Peter! Wie wärs wenn du jetzt einfach schön abmalest! Ganz geschmeidig! Peter! Hallo! Nein! Oh! Dodo ist verkackt! Und nur P... Nein! Hahaha! Die ist alle verkackt! Peter! Du hast zurückgesetzt! Oh! Oh! Der bleibt ja eh da! Da hat er zurückgesetzt! Mal schneller! Oh Gott! Ja! Ich wollte gerade sagen! Sauber! Ich hab gewartet bis er ausgerollt ist! Dann sehe ich wie er sich zurückseht! Das ist übrigens noch 17! Never stop! Never stop! Ja! Keep on doing! Desable your route! Okay! Hallo! Hallo! Okay! Das war scheiße! Was macht das hier? Das war okay! Hard play! Brahman! Der hat der war dumm! Der Schöne mit Schmack ist um die Ecke, Bram! Oh Gott! Wer bleibt zuerst liegen? Nein! Was haben wir denn hier für einen Scheißweg, ey! Oh Gott! Wart auf! Das kann nicht wahr sein! Ich hänge fest! Oh fuck! Das sieht nicht gut aus, Bram! Warte, vielleicht kann ich dich retten! Warte! Hä? Wo müssen wir denn hier rum? Ja! Wow! Echt jetzt? Das ist doch super schwer! Ah ne! Du musst dazwischen! Da wollten wir beide da hinschlagen! Oh nein! So zu viel! Wir müssen dazwischen nur, wa? Ja, ja! Was heißt denn dazwischen? Ja, so von Bande, Bande, Bande! Bande, Bande, Bande! Mit bisschen Schmackes! So wie Peter! Nein! Ich bin wieder rübergefallen! War doch... War ein bisschen zu viel, Peter! Ja! Ja, das sieht... Äh, das sieht da! Oh Gott, ey! Oh Gott, ey! Das hört man zu viel! Was sind denn da nun Bram rum, dass ihr da so gut... Oh Gott! Wir sind den selben Weg gegangen! 16! Hallöchen! Wir sind den selben Weg gegangen! Alloy! 17 Schläge, ey! Dann seid ihr aber richtig gut da durchgekommen, Alter! Komm, Sepp, holen dir! Nein, ihr seid nicht den Weg rechts rumgegangen durch die frischen Dinger durch! Ihr seid einmal durch die Mitte gegangen! Wieso fallen wir jetzt runter? The real end! Oh nein, jetzt klingelt's... Oh Gott, was ist das denn für ein Ding? Jetzt kommt ein Paket für ein Arsch, ey! Äh... Okay! Geht mega ab hier! Okay, wir bewegen uns! Ja, okay, 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 wo geht's hin? In der Schlagmix ist einmal oben lang! Let's be friends! Ne, Peter... Peter wird jetzt teleportiert! Warten, warten, warten! Wait! Ja, ja, einfach warten! Ich warte! Du musst auf Peter warten, bis der da durch die Zone ist! Ja, ich warte auch! Peter ist gerade die Dinge zu holen, oder was? Aber da! Da! Die Wand verschwindet! Los! Weiter, Leute! Weiter! Peter holt uns auf! Komm, rennt alle Folgen weg! Bei mir passiert nichts mehr! Ja! Und du? Wenn das Loch da rein war! Da oben ist ein Loch! Aber da musst du wahrscheinlich nicht rein! Nein, nein, nein! Bleib nicht mehr! Das ist aber nett, Dalu! Kein Problem! Was? Was ist alles? Ihr seid schon hier unten! Krass! Ja, das Loch hat uns hier nen Weg gemacht! Gravity Zone! Kann man da nicht! Ich probier das mal raus! Ich sag dir das! Ah! Na, kann man! Hä? Muss man warten, Jay! Nicht genauso weit wie Dalu! Alle Zeit der Welt noch! Okay! Oh! Interessant, was man bei Golf in mittlerweile alles machen kann! Krass, ne? Ich hab keinen Booster bekommen! Nein! Oh Gott, ich auch nicht! Bleib auf der Treppe liegen, oder? Oh, Lucky! And again! Och, ne! Nein, die ist kacke gebaut! Die ist kacke gebaut! Nein! Wir sind doch an der gleichen Stelle! Was ist hier los? Dalu ist liegen geblieben! Die Map ist ranzig gebaut! What the fuck! Passiert hier doch alles! Oh, shit! Oh, Peter, wir verpassen echt viel, weil bei uns ist die Map jetzt schon anders! Oh, shit! Oh, okay! What the fuck! Ich bin irgendwo liegen geblieben! Guck gerade auf! Jay! Hau rein, Jay! Gravity Zone! Und... Hold on one! Jetzt, jetzt, jetzt! In drei! Alter! Peter, du musst auf mich warten! Nicht den Lift aktivieren! Okay! Das ging auch nicht aktivieren, oder? Ja, das dauert... Wisst du? Das ging schon los! So, und jetzt hier bin ich rausgeflogen! Ach du Scheiße, willst du mich verarschen? Oh! Bitte! Nein, ich bin wieder an der Bande! Nein! Oh, das war ein Glück! Woo! Ja, jetzt bin ich schon wieder liegen, ne? Komm! Ach, das ist so'n Scherz! Ne, du bewirbst doch'n Witz! Ach! Immerhin! Alter! Das war aber ne coole Map! Ja! Rook up to the sea! Sehr viel Lustiges! Vor was? Vor... Please report any bugs! Über die Rampe! Oh, Dalu! Oh, Dalu, das wird eng! Ich hab nur noch 10 Sekunden! Na, macht er easy! Dalu schafft das! Dalu hat's geschafft! Und Peter? Peter nicht! Oh! Oh! Komm schon! Ja! Zählt das noch? Ja! Zählt das noch? Zählt das noch, Peter hat keine 17! Ja, das war doch geil! Ja, das war doch geil! Aber alle unter Paar? Fuck! Oh! Oh! Dieser Abi steht 17 in der letzten Bahn! Ja, eben! Ich auch! Das ist nicht die... Also das ist die 19. gewesen, die wir grad gespielt haben! Ach ja, stimmt! Ich hab 19 waren! Alles klar! Cool! Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß! Lasst einen Daumen da, falls es euch gefallen hat! Haut rein! Tschüss! Ciao! Tschüss!